So, wie ist es denn auf dem Weg? Folge 35. Psi-Testing ist gerade im Gange. Und Zellertabling auf dem Weg. Oh, Terrorangriff. Wen hat es denn jetzt reingesetzt? Watson. Edit Unit. No Dodge. So. Brauche ich sonst noch irgendwas an Änderungen? Hm, hm, hm. Na, ich hoffe nicht. Aber ich glaube nicht, dass ich so wahnsinnig viel daraus reißen kann. Vermut ich mal. Genau, ich möchte. Ich hatte Terrorangriffe, die sind so schrecklich. Hüppe 4. Ja, sie greifen zivile Leute an. Äh, hm, hm, hm. Central, this is Big Sky. Confirm Signal uplink. Strike Team is in position near the Terror Site. Awaiting confirmation. Solid copy, Big Sky. Strike 1 has been given the green light. Your highest priority is to protect those civilians. Oh, shit. Das waren schon so weit. Und hier in Feuerposition. Hatten wir das? Warum gehen wir hier rum? Los! Hm. Critical Hit vielleicht, hoffentlich. Ganz daneben! Das ist auch ne Variante, die ganz toll ist. Na, ha, 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 ha. Shredder Rocket. Das klappt nicht so wie ich es gerne hätte. Ich bin auf dem Weg. Der Typ steht im Weg. Jetzt geht's. Ich meine Leute, ich bin Beschützten hier. Wow, das ist ein riesen Bereich inzwischen. Das ist ein riesen Bereich inzwischen. Ow. Was. Oh nein. Nein. Bis jetzt hat Langerweite einfach. Wenn sie sie töten, eilen und dann wahnsinnig. Das ist doch scheiße. Wie, stehe ich nicht lang genug dran oder was? Aaaaaaah. Zwölf critical strike. Lol. Vor allem der ist doch instant tot. Ach, Mann. So ein Shit. Ich bin nicht lang genug. Den habe ich aber gar nicht gefangen. Fert mich gerade so einen. Abol. Treffer. Und das nicht zu knapp. Aua. Oh, ich schieße wieder auf Zivilisten. Ne, ist zu pressen meinen. Aber ich schieße eine Antwort von den Viechern auf Zivilisten. 69, das ist jetzt nicht gerade so viel. Und Disch zu nehmen. Das ist jetzt ein schlechter Schatz. Ja, dies muss natürlich voll machen. Mir auch egal. Natürlich hat nicht gefangen. Nein, das muss ich nicht mehr nehmen. Leitling Reflexe macht das eh überflüssig. Ich schieße überhaupt nichts. Hebe deinen Arsch, du wirst gerettet! Ich mach mich los! Hä? Wieso läuft der nicht? Reaktion Shot! Mitten durch! Das ist ein guter Reaktion Shot. Der hat nachgeladen? Okay. Äh? Wir sterben unter mir oder was? What the heck? Ohne Sniper, ey. Das wird ja hellig. Das Ding brennt. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob es vielleicht in die Luft fliegt nächste Runde. Yay! Okay, mach's normal weg bei 50%. Ich will mich nicht beschweren. Jaaaaaaahhhh, verklickt! Fuck. Wenn jetzt ein Gegner in die Reichweite kommt, habe ich ein fettes Problem. Oh, die mal wieder. Cyberdisk. Lustig graben, kommt rum. Oh, er hat getroffen. Overwatch. Boom. Nee, nicht boom. Ich weiß nicht, was ist immer so mit dem Zoom hier hinten. Boom. Boom. Toll. voll erfolgreich und so den wird zu prozent zwitt und jetzt muss ich noch erklär mir das mal irgendjemand bei gelegenheit ok die die weg machen nicht Das Ding ist, es brennt immer noch einfach nur vor sich hin. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich gerade taktisch und nicht übelste Fehler mache. Das könnte eine ziemlich miese Runde werden. Wie gesagt, Major Sniper verloren ist, das ist schon hot. Das ist eine Hauptschadensquelle. 6 Perfect. Oh. Jetzt brennt das Autofallen auch noch. Der ist irgendwie wichtiger. Wieso treffe ich Fliegende so schlecht? Wollen wir das jetzt mal weg machen? Natürlich nicht. Aber ich bin 15,56. Ey! Ey! Boah! Das war der Aff. Wollte er nicht gefangen nehmen. Not genug Ammo. Hell yeah! Das sieht mir so sehr nach Explosion aus, da will ich eigentlich nicht hin. 84, komm, versuch's. Ich hase diese scheiß kleinen Viecher. 10 22 22 23 25 Wir müssen noch einen Gunn jetzt ne Runde. 56 zu 56. Und vorbei. Ich liebe diese Logik. Ich spüre es wieder mit einer Pistole. Ich habe ihn tot. Wuhu. Ja. Nein. Oh. Ne. Hier sehe ich der letzte Alien das irgendwie wegrennt und Leute ummetzelt. Ich bin nie so ein Fan geworden. Nachdem wir gerade aus unauffälllichen Gründen mal wieder X-Hum abgeschützt sind. Nachdem ich die Mission schon mal geschafft habe, mache ich jetzt mal das gleiche wie gerade eben. Aber es funktioniert. Dann schwäche ich ihn mit meinem Elektroimpuls. Und gehe dann mit meiner Tussi rein zum Stunnen. 70 Prozent. Vorhin hat es geklappt. Die hat es auch geklappt. So. Perfekt. Extra Conditioning. Conscious Bonus ist, basiert auf welcher Art von Armour ist er geklappt. Achso. Entschuldigung. Heavier Armour erhöht den Bonus. So. Ich habe dann Major und Guppy wurde zum Leutnant. Okay. Bis jetzt, was ichương lady umsetze mich quer gehört. Ich waire bei den Parkland vor, aber ich kann das nem kl�. Gol. Und ich gebe euch näher. Weil natürlichos Leute es unter und wenn keine euer Keine CNG geboren. Mithaот wohl ist ne passte nicht aufgelt, um doch noch da. Im Verb trained, das nen also auf carboselte peu. Jawohl. Wir gucken financially. Lachen. Research Credant für Flight EMP-Kanon, okay So, ich würde sagen das war's nach dem ganzen Absturzen gerade noch am Ende. Ich hoffe ihr bleibt trotzdem bei mir. Keine Ahnung warum das Absturz, habe ich wirklich keinen plassen Schimmer. Aber danke fürs Zuschauen und bis bald.